Das ist der Arzt mit dem Hammer. Am Dienstagabend gegen 19.20 Uhr kam es auf der Landesstraße 574 zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Gegen 1920 befuhr ein 43-jähriger Fahrradfahrer die Landesstraße 574 von Neuhausen kommend in Richtung Schellbronn. Hinter ihm befuhr ein 77-jähriger Citroën-Fahrer ebenfalls die Straße. Aus noch unbekannter Ursache kollidierte der Citroën-Fahrer mit dem Fahrradfahrer. Dieser stürzte, dieser kam zu Fall und er lag noch an der Unfallstelle seinen tödlichen Verletzungen. Neben der Polizei wurde auch noch ein Sachverständiger beauftragt zur Rekonstruktion des Unfallhergangs. Von Verkehrsbeeinträchtigung ist mir nichts bekannt. Die Strecke musste während der Unfallaufnahme vollgesperrt werden. Wird er sicher gesperrt? Selbstverständlich. Verkaufgabe. Ja. Was ist, weddurchb perd zumiegverte der Kla shouted? Ja. Du bist beendet. Verkaufgabe. Ja. So, das ist nix. 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 Das ist nix.